Hallo Frau Meier, ich bin Schwester Birgit, ich betreue sie heute Mittag. Als allererstes verkabel ich sie mal, hänge sie an dem Monitor, dann schauen wir, wie ihre Werte sind und dann gucken wir, dass es ihnen gleich oder besser geht. Ich wurstel ein bisschen um sie herum, bin im Zimmer, wenn was ist, melden sie sich. Hallo, ich bin Birgit Rieble, ich bin 42 Jahre alt und bin Krankenschwester auf der Intensivstation hier im Klinikum Buchrein. Mein Job ist hauptsächlich die Patientenüberwachung. Wir überwachen Patienten postoperativ, Patienten nach kardiologischen Eingriffen, Patienten die Unfälle hatten, Schlaganfallpatienten. Was wir hier auf Intensiv auch machen, ist, wir haben den Notfallpiepsel fürs Krankenhaus, das heißt, wenn auf Normalstation irgendwo ein Notfall ist oder eine Reanimation ist, dann werden wir angefunkt und dann gehen wir auf die Station und machen die Erstversorgung vom Patienten. Dann bringen wir ihn hier auf die Station zu uns. Die Beatmung wird richtig eingestellt. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Patient gut versorgt ist, dass die Medikamente in die richtige Dosierung laufen. Wir sind diejenige am Bett, wir sehen die Veränderungen. Es geht ja manchmal ganz schnell, dass da was passiert und dann müssen wir reagieren und schauen, dass der Patient am Leben bleibt. Was mir halt auch so gut gefällt, ist die extreme Nähe einfach zum Patient. Man kann ein Verhältnis zu der Angehörigen aufbauen. Das ist manchmal ganz wichtig, dass man einfach die mit ins Boot nimmt. Da denke ich, da finde ich, dass es auch eine große Aufgabe für uns ist, einfach auch der Angehörige zur Seite stehen und ihnen einfach auch klar machen, was da gerade passiert, warum es passiert und dass es gut ist, wie es passiert. Ich finde es einfach total schön, dass ich in der Pflege einfach in einem Team arbeiten kann und dass wir gemeinsam Gutes machen können. Wir können für den Patient da sein, wir können Leben retten, ganz profan gesagt. Wir können gucken, dass ich das Leben schon beende, wenn es so weit ist. Und ich finde es nach wie vor einen tollen Job. Wir haben eine total tolle Balance zwischen Stadt, kulturelles, aber auch wieder Entspannung und Erholung. Wir haben hier eine ganz tolle Gegend. Und wenn du Lust hast, in einem tollen Team zu arbeiten, mit viel Verantwortung in deinem Beruf und du in einer tollen Umgebung wohnen willst, wo andere Urlaub machen, dann komm zu uns. Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Mal.